Moin Leute, ich bin's wieder, euer Soulteye und zwar haben wir ganz trocken zum Anfang 100 Stones heute morgen erhalten von Dragon Ball Z Dokkan Battle und ja die 100 Stones die müssen weg. Ich fange auch gleich hier an, ich rede nicht um den heißen Brei. Wir gehen hier gleich mal rein und zwar kriegen wir Mr. Satan und Boo. Ich habe gerade ein Deja Vu vom letzten Mal. Wir ziehen mal runter. Oh, Nr. 1, Nr. 2, Nr. 3, Gortgo. Leute, was ist hier los? Dabura, war das jetzt für ihn? Nee, nee, nee. Oh, ich bin gerade wegwischen. Oh, krass. Ich habe ein Dupe. Ja, ich habe... krass. Weiter geht's. Dupe geholt. Tenshinhan, der verfolgt mich hier. Habt ihr es mitbekommen? Ich kriege fast hier auch nur Tenshinhan. Ja, Tenshinhan und C18. Da schon wieder Tenshinhan. Ich weiß nicht, ich kriege hier bald Albträume. Okay, wer ist er hier? Okay, Paragus, den brauche ich nicht. Ich falle hier gleich nochmal um. Ja, ich fahre C17. Ich fahre hier vom Glauben ab. Äh, krass. Das war bis jetzt... Das ist ein richtig guter Pull. Ja, also zwei Gubes. Ich habe was zu tun bei ihm. Ja, aufleveln, Hidden Potential, Orbs reinknallen, alles Mögliche. Wir machen jetzt den Free. Und mal schauen, was hierbei rauskommt. Vegeta. Wie her damit? Hä? Leute? Animation? Weg. Weg. Weg damit. Weg damit. Freezer. Full Power. Doch, damit bin ich zufrieden. Den nehme ich mit. Ja, also ohne Worte. Haben wir das jetzt für ihn bekommen? Ich denke mal schon. Wenn jetzt kein weiterer kommt, ist es nicht so schlimm. Ich bin zufrieden. Ach, C18. Alter. Oh, nochmal. Turls. Mit seiner Wehraffen-Form. Ist okay. Also, ich bin zufrieden. Ja, wir haben hier noch 51 Stones. Komm. Beschwören. Ja. Mal gucken, was wir hier... Es läuft gerade so gut. Das müssen wir beibehalten. Hä? C17 und C18. Habt ihr gesehen? Ja, damit? Schon wieder? Was ist los hier? Okay, zieh runter. Noch eine Animation. Äh, es ist ein bisschen unheimlich hier. Am besten ich sag hier gar nichts mehr. Annen Cooler bekommen könnte. Das wäre richtig cool. Hi, Cooler. Es wäre, wie gesagt, richtig cool, wenn ich deinen großen Bruder kriegen würde. Und Gugeta. Nimm mich auch mit. Ist ein Dupe. Aber... Bleib mal ganz ruhig. Vielleicht kommt ja noch so ein Gohan. Alles klar. Okay, Trunks. Wen haben wir hier noch? Gohan. Komm, einer kommt noch. Nochmal Gohan. Aber naja. Okay. Gut. Die Stones sind weg. Aber wir können ja mal ein paar Tickets ausgeben. Ich habe ja, glaube ich, noch sechs Stück. Wir gucken mal. Ähm, zum Shop... Tickets... Beschwören... Ja, komm. Wir knallen jetzt die sechs Tickets raus. Vielleicht ist der Single Summon Meister ja wieder voll in Fahrt, ja? Deswegen würde ich sagen, hier Abfahrt. Ja, wir holen uns jetzt bestimmt gar nichts. Wir schauen mal. Okay, der erste war schon mal Schrott. Also bei den Tickets, äh, bis jetzt noch nicht so wirklich Glück gehabt. Krillin und Piccolo. Aber leider kommt da nichts. Okay. Also, wie gesagt, ich habe jetzt zwei Dupes, ne? Vom Festivalcharakter. Ich werde den jetzt aufleveln. Äh, verbogenes Potenzial, äh, voll ausschöpfen, die Orbs reinballern und dann werde ich ihn testen. Ich habe noch nie einen Showcase gemacht. Oh, er fliegt ganz alleine mit. Und wenn ich einen Showcase mache hier, ja, ähm, könnt ihr in den Kommentaren dann runterschreiben, äh, ob das okay ist. Weil ich erzähle das aus Sicht eines Semi-Anfängers. Ich spiele jetzt seit einem Jahr. Ich kenne noch nicht, oh, ich weiß noch nicht alles. Und von daher verzeiht mir, wenn ich dann irgendetwas Falsches labere. Ähm, aber das mache ich definitiv. Ne? Showcase kommt diese Woche und da fliegt Wiss mit. Oh, Regenbogenfeuer. Ich habe gerade gesagt, ne? Wiss fliegt mit. Vielleicht kriege ich ja Wiss als Animation. Dreifache. Und, 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 und. Bildschirm bleibt weiß. Oh, krass. Ein Dupe. Also, Dragon Ball Z, Dokkan Battle, danke für die 100 Stones, ja. Ähm, danke für die Tickets. Also, ein Dupe von den beiden ist echt nice. Und allgemein heute, so wie letztes Mal, ich kann mich nicht beschweren, ne? Ja, ich hoffe, ihr habt auch richtig gut gezogen. Und ich hoffe, ihr habt das gezogen, was ihr wolltet und habt nicht so viel ausgegeben. Das, was ich jetzt hier erlebe, die letzten beiden Male, ist pures Glück. Mich kann der Chef auch wieder verfolgen. Hoffen wir mal nicht. Ähm, ansonsten, wie gesagt, äh, nächstes Video kommt. Wenn ihr was habt, schreibt es in die Kommentare, ja. Ansonsten sehen wir uns im nächsten Video. So, wartet, was kommt hier noch ein paar raus? Kommt da jetzt was? Nein, natürlich nicht. Gab's kein Animation, ne? Alles klar. Macht's gut. Bis dann. Euer SultEye. Tschüssikowski. So, jetzt. Mach auf. Mach auf? Hä? Mach dicht jetzt hier.